Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die Dachsanalyse für nun Freitag, den 18.08.2023. Ich lasse das Bild einfach mal unkommentiert stehen. Wir hatten das Thema die letzten Tage immer mal wieder angerissen. Ich fand das Bild jetzt sehr passend dafür, denn das Risiko auf der Unterseite ist klar da. Also gerade wenn wir in den Tagesschart gucken, das Band ist nun schon so aufgedreht, dass selbst wenn er drei Tage zur Seite macht, das liegt dann schon aufeinander mit der 200-Tage-Leute. Das ist schon eigentlich nicht mehr vermeidbar. Das zieht sich ja dann ran durch die statistische Mitte und dann liegen 200-Tage-Leute und unteres Band aufeinander. Und dann wird es die nächsten Tage und Wochen nochmal interessant. Also von daher ist Risiko auf der Unterseite auf jeden Fall da. Bei weiteren Tiefs, weiteren Hochs sollte man das einplanen. Dachs finde ich mit einem sehr schönen Verlauf heute. Tut mir ein bisschen leid für die, die nur die Morgenanalyse hören, weil man damit glaube ich nicht so richtig anfangen konnte. Kann ich mir gut vorstellen. Das hat so nicht gepasst, was wir in der Analyse gesagt haben. Auch wenn er vom Reihenablauf genau das gemacht hat, was wir als eigentlich favorisierte Variante vorgestellt haben. Nämlich dieses Hochdrücken, dieses Direkt-Hochdrücken rein in die 8,70, rote Stundenkerze und komplette Bude wieder zurück. Er hat halt einfach nur 50 Punkte Tiva gestartet. Und da wird nicht jeder das umgeschaltet bekommen haben, weil wir das auch so nicht vorgestellt haben. Und ich gebe mir sehr viel Mühe immer, die verschiedenen Szenarien vorzustellen. Hatte aber das so auch nicht vor Augen, dass er tief reinkommt. Die haben aber früh gleich geschrieben, als der hier unten war, der kann da jetzt noch hoch bis an die 800. Die Donnerstagsmarken haben sich durch den tiefen Start verschoben. Wir haben gesagt, 800 ist der oberen Woche-Bereich, der untere ist bei 6,20. Wir gucken beim oberen Bereich dann bei 800, gucken wir hin, wenn da eine rote Stundenkerze kommt. So, dann ist er hochgerannt. War kurz vor 800, da haben wir sogar unsere Lisa nochmal long gelassen. Die hat ihren Take-Profit sogar noch bekommen. Dann kam die erste rote Stundenkerze, haben wir gesagt, das reicht. 97 oder 87 oder was es war, haben wir gesagt, das reicht. Rote Stundenkerze, jetzt kann er runter bis 6,20. Dann ist er runter bis 6,20, haben wir gesagt, okay, fein, prima, perfekt. Es war ein perfekter Ablauf und das tut mir dann ein bisschen leid für die, die die Morgenanalyse nur hören ohne Premium-Dienste und Updates. Das ist, also wenn ich mein Zuhörer wäre, ich hätte es glaube ich so nicht verwandelt gekriegt. Und das, obwohl der DAX eigentlich, also mir tut es halt einfach, wir sind alle böse auf den DAX, weil sie denken, er hat das nicht schön gemacht und dabei hat er es aber schön gemacht. Ich habe es bloß, der Martin hat es bloß, bloß nicht gewusst, wo er reinkommt und demzufolge falsch vorgetragen in der Morgenanalyse. Aber kann ich mir auch nicht den Vorwurf machen, dass ich sage, na hättest du das Szenar noch mal vorgestellt und wäre gar keiner mehr klargekommen. Es sind so schon immer alle genervt oder manchmal sogar, man kann ja sagen, überfordert, wenn ich sage, es kann steigen, fallen oder runter. Wenn ich dann noch sage, es gibt zwei verschiedene Formen, wie man steigen kann, aber ich habe es auch gar nicht vor Augen gehabt, dass wir mit Abwärtsgap reinkommen. Aber als wir mit Abwärtsgap reinkamen, war halt klar, die obere Donnerstagsmarke ging halt nicht mehr bei 870, sondern bei 800. Das konnte ich in dem Moment ablesen, aber das konnte ich noch nicht 22 Uhr wussten. Das wusste ich dort noch nicht, das geht nicht, weil ich die Nachtbewegung ja gar nicht habe. Und die Regel, die ich dafür den Donnerstag eben ranziehe, die braucht aber den Start dann auch noch mit dafür. Und es ist ein bisschen schade, weil es hat wirklich schön gepasst, auch auf die Updates, die wir geschrieben haben. Und es war wirklich nahezu perfekter Donnerstag halt. Leider nicht nach dem, was mit der Analyse geht. Aber gut, kann man auch nicht immer. Und es soll ja auch so sein, dass die im Premium-Bedienstkrieg auch immer mal ein bisschen Vorteil haben und sich nicht sagen, ey, wozu soll ich ihr Geld bezahlen? Morgen Analyse, den komischen Suchen haben wir zurecht. Soll ja auch einen kleinen Mehrwert bieten. Gut, Freunde, das soweit dazu. Ansonsten Donnerstagsregeln, wer sich für sowas interessiert, das ist auch immer Gegenstand von Seminar. Seminar haben wir noch Plätze frei, auch wenn schon gut was weg ist. Wer da noch Interesse hat, einfach seminar at money-monkeys.com. Ist am 23, 24. September. Ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, doch. Ist online, das heißt, ihr könnt von überall zu buchen. Solltet ihr dann auch kurzfristig nicht können oder verhindert sein, bekommt auch eine Aufzeichnung, könnt euch das dann auch später nochmal angucken. Ihr könnt euch das auch zweimal angucken. Ihr könnt euch das auch später dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal angucken, so oft wie ihr das wollt. Gibt es kein Ablaufdatum, das bleibt dann so lange liegen. Das bleibt einfach für immer liegen. Es wird gar nicht weggenommen. Könnt ihr euch dann angucken, wie ihr lustig seid. Ja, wer da Interesse hat, einfach eine Mail schreiben. Und was machen wir mit unserem DAX zum Freitag? Schwierige Situation. Ich würde auf jeden Fall Risiko einpreisen. Bei weiteren Tees, bei weiterer Schwäche würde ich mich nicht gegenstellen, solange keine Stärke sichtbar ist. Ich denke, das ist jetzt ganz wichtig. Das habe ich auch gestern versucht, ein bisschen zu vermitteln, indem ich gesagt habe, diejenigen, die hier mit seitwärts gute Erfolge gehabt haben, die sollten ein bisschen aufpassen, weil der durchaus auch noch beschleunigen kann. Der kann auch Tempo reinnehmen. Der muss auch nicht an der 63 hier halten, an der 200-Tage-Linie. Der kann da auch durchprasseln. Das heißt, die Kerzen könnten theoretisch länger werden. Guckt mal, so wie hier ist das gemeint halt. Also hier fängt der Markt an zu fallen, er fängt an zu fallen und dann fängt er irgendwann an zu beschleunigen. Aber beschleunigt er aber in der Regel hinten raus. Die Kerzen werden beim Fallen in der Regel in einer Bewegung hinten raus größer und nicht im Vorhinein. Ja, also auch hier werden die Kerzen unten raus länger, deutlich länger. Und wir haben sehr kleine Kerzen, das muss man schon sagen. Also diese 100, 200 Punkte, das kommt zwar vielen momentan viel vor, ist aber für einen DAX eigentlich ein Scheiß. Der DAX schafft auch 600 Punkte an einem Tag. Ja, das haben manche gar nicht mehr so richtig vor Augen, weil es seit April ja eigentlich nur auf der Stelle rumgestarkt wird. Aber der DAX kann auch mehr, also 450, 600 Punkte am Tag sind für einen DAX möglich. Und deswegen warne ich hier einfach nur davor, dass man sich nicht zu sicher fühlt mit diesen Seitwärtstechniken, die die meisten seit April hier jetzt ein bisschen auch verinnerlicht haben. Es gibt ja viele, die haben da wirklich gute Gewinne, aber da muss man halt auch einfach aufpassen. Das kann jetzt Marktbewegungen oder Stöße geben, wo das dann einfach nicht mehr funktioniert, was man die letzten Wochen und Monate gut angewandt bekommen hat. Ja, es gibt da viele, die haben hier irgendwo hier drinnen einen super Monat mal mit sonst wie vielen Prozent und denken dann, boah, jetzt geil, jetzt starte ich hier riesengroß, was weiß ich, trade für Oma und Opa und sonst wen. Ja, und dann wechselt der Markt, die Marktphase. Es kommt ein völlig anderes Bewegungsbild. Man kommt mit seinen Setups überhaupt nicht mehr klar, verhaut die ganzen Gewinne der letzten Wochen und Monate, weil man nicht umschaltet. Und deswegen sage ich, das ist eine Potenz, das muss nicht so kommen, aber es ist eine potenzielle Stelle, wo man hier umschalten müsste. Und im Zweifel dann einfach mal ein bisschen Fahrt rausnehmen, wenn man schon merkt, man kommt hier langsam an Grenzen oder wird häufiger ausgestorbt als die letzten Wochen und Monate. Dann einfach ein bisschen Piano machen und erstmal gucken, wie entwickelt sich der Markt jetzt weiter. Weil in der Regel kriegt man es dann halt voll auf die Fresse und dann lieber vorher vom Gas gehen, als mit Vollgas gegen die Wand zu knallen. Also deswegen sage ich das nur. Heißt, im Konkreten, bei weiterfallenden Tiefs, weiterfallenden Hochs. Weiterfallende Hochs bedeutet zum Beispiel, wenn der Markt zurückkommt, sich erholt und im Bereich um grob 7,670 bis 7,27 wieder nach unten dreht, dann hätte er ein tieferes Hoch. Wenn wir sowas sehen und er dreht hier wieder ab, sollte danach auch ein tieferes Tief eingeplant werden. Das ist dann die Trendfortsetzung, die Trendfolge. Also sehen wir sowas, höheres Hoch, Entschuldigung, tieferes Hoch. Sollten wir danach auch ein tieferes Tief noch mit einplanen. Bereich 7,27 bis 7,70 wäre dafür ideal. Alles, was drüber geht, fände ich schon fast wieder ein bisschen zu positiv. Sehen wir den DAX zum Beispiel auch direkt frontal angreifen. Zum Freitag volle Pulle, grüne Kerzen, richtig stark reindrücken. Macht ein bisschen vorsichtig. Auch wenn er sich hier eindreht, kann es passieren, dass der sich hinten raus nochmal hochdrückt und dann stellt euch nicht am Abend oder Nachmittag nochmal Short gegen. Der wird dann den Tagesschluss wahrscheinlich auf Tageshoch setzen. Und das kann 8,20 werden. Denn wir haben auch Verfallstag, vergesst es nicht. Verfallstag heißt, es gibt, auch die Amerikaner haben ja auch einen Verfallstag, da rechnen auch noch Optionen 22 Uhr ab. Indizes, da kann den ganzen Tag über noch Bewegung sein. Das geht 13 Uhr los, es geht schon eher los, es geht schon 12, 15 Uhr los, glaube ich, dass die ersten Sachen abrechnen. Aber habt das einfach ein bisschen im Blick und im Ohr. Es ist Verfallstag. Der kann immer mal ein bisschen aus dem Raster rausspringen. Und wenn er sich stark zeigt, ich sage mal, 8,20 Tagesschluss ist realistisch. Wenn er volle Pulle angreift, Stärke zeigt, dann buddern alle nur Short dagegen, weil sie jetzt angefixt sind vom Fallen. Und dann kriegt er hier richtig schönen Nährstoff, das bis zum Abend oben raus zu prügeln. Dann macht er Montag noch einen Schnipsel drüber und fällt wieder. Das wäre auch ganz, ganz, ganz typisch, würde gut reinpassen. Ansonsten dreht er hier wieder runter oder macht weitere Tiefs, rechnet wir mit den nächsten Zonen. Die dann sind 5,50. Dann haben wir hier unten eine 5,20. Dann haben wir unten eine 4,60. Das ist hier das letzte Tief. Ja, letzte markante Tief. Und dann haben wir da runter. 3,60, das Gap hier. 2,00 Tage Linie. 2,00 Tage Linie liegt jetzt im Moment. Moment. 2,00 Tage Linie möchte ich euch kurz noch zurufen. Ich mache hier mal kurz Aufzeichnung anhalten. Und da bin ich wieder. Bei der 2,00 Tage Linie gucken wir bitte im Cetra DAX an. Im richtigen Cetra DAX. 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Das ist die offizielle 200-Tage Linie, die bei den Nachrichten erwähnt wird. Und die liegt bei 360. Meine liegt jetzt hier bei 3,70. Aber die richtig wichtige ist die bei, es ist auch die MA200, nicht die MA200. Die absolut richtige offizielle 200-Tage Linie vom DAX ist die für den Cetra DAX. Und die liegt jetzt bei 15.360. Welche Zufall ist genau auf der Gap-Kante. Also das wäre wirklich Hauptziel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zum Freitag kommen kann. Möglich ist es. Aber würde mich überraschen, wenn er so viel Engagement jetzt auf den Freitag bringt. Würde mich fast eher für einen Dienstag interessieren. Oder für einen, ich weiß gar nicht, Montag. Wenn er Montag drauf prallt, dann kriegt er die halt auch nicht gehalten. Dann wird er durchgelegt nach unten. Weiß ich nicht. Klar, wenn er jetzt die Kerze länger macht, ist es erreichbar. Aber eigentlich wird es mir nicht passen zum Freitag. Mir wird es eher passen, wenn er die am Dienstag anläuft. Aber wir gucken es uns dann an. Ihr habt es vor Augen. Das ist ein Ziel. Das ist erreichbar. Die 4.60, 5.50. Darum geht es ja. 5.20. Da hat man hier die untere Kante. Das sind die nächsten Stationen auf der Unterseite. Und ich denke mal, damit könnt ihr erstmal ganz gut arbeiten. Wie gesagt, Rücklaufbereiche ein bisschen auch mit beachten. 6.70, 7.20. Und auch gucken, wie bewegt er sich. Sehen wir Schwäche? Sehen wir Stärke? Und dann denkt dran, Seitwärtsphase kann gegebenenfalls jetzt in der Trennphase wechseln. Stellt euch dann nicht zu sehr dagegen, wenn er anfängt zu treiben, wenn er zu drücken anfängt. Und das kann sich durchaus anders verhalten, wie die letzten Wochen. Und dass er nicht eben mal gleich wieder zurückschnippt, sondern dann auch mal wirklich ein paar Meter erstmal schiebt. Und die ganzen Leute, die immer nur gegen diese Kerzen gegenhauen halt, die werden dann hier halt richtig strapaziert und kriegen dann hier halt wirklich auf die Fresse. Also regelrecht auf die Fresse. Ja. Und von daher ein bisschen Piano vielleicht an der Stelle. Gut. Ich mache hier aus. Wünsche euch viel Erfolg. Wir hören uns dann Sonntag wieder. Und für das Analyse zum Montag allen anderen ein schönes Wochenende. Und Webinar ist auch noch. Kriegen die Leute dann Bescheid, die im Premium-Dienst sind. Wann wir das machen? Ich würde mal fast denken eher Samstag sogar. Aber schicke ich nochmal was rum. Bis dann. Tschö. 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 Vielen Dank.